Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Destiny 2. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Zu ihr wollte ich. Weiß nicht, ob sie wieder irgendwas will. Sprich. Ja, nicht so unfreundlich. Rufe erhöhen. Nice. Okay, das ist der Ruf. The Ruf, the Ruf, the Ruf is on fire. Und Schrotflinte, Pstole, Panzerhandschuhe, Charakter öffnen. 74, 92. Setze es weise ein. Mach ich. Viel Glück. Mach ich. Äh, hab ich. Äh, bum bum bum. Charakter-Signale nähern sich deinen Koordinaten. Bereit machen für Angriff. Hä? Was? Äh, wir sind fast auf Level 100. So. Bum bum bum. Level 94. 91. Handfeuerwaffe. So. Was ist denn los? Was ist denn los? Oh. Ich helfe euch mal, Jungs. Ich weiß zwar nicht, was ihr hier macht. Oh, da unten kommt schon wieder Böse. Oh. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Aber ich kümmere mich da mal kurz um. Ach, die hat keine gute Reichweite. Ähm. Da, 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 da. Ich verstecke mich mal kurz hier. Ich will mal gucken, was wir jetzt machen. Navigator. Karte. Oh, wollen wir nochmal wieder ein Event machen? Komm, lass uns mal ein Event machen. Da habe ich jetzt mal echt Bock drauf. Liegt so viel von dem Zeug rum. Das habe ich schon gar nicht gesehen. Da ist wieder was. Hä? Oh, nee. Das ist kaputt. Ich hoffe nur, ich muss das Event nicht alleine machen. Das ist nämlich ziemlich kacke. Hey. Ey, warum liegt denn hier so viel von dem Zeug rum? Okay, ich bin nicht alleine. Ich habe einen High-Level-Spieler noch dabei. Okay, es geht gleich los. Und da ist noch ein Level-9er. Ich bin doch alleine. Sind alle weg. Hexenritual. Sieht wie ein Ritual aus. Mach es ihnen malig. Egal, was sie vorhaben. Oh. Okay. Eee... Bop, 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 bop. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen können. Scheiße. Ich kann mit bei ihr da immer tippen. Danke. Scheiße. Ah, das ist die. Warte mal. Oh, das ist ein eigener. Du seid gut erledigt. Du hast dir ein Schulterklopfen verliehen. Danke. Oh, geil. Es gefällt mir mit dem Event. So, aber wir wollten ja eigentlich noch was anderes machen. Da ist noch eine Kiste. Äh, wir wollten ja eigentlich was anderes machen. Wenn er schon wieder falsche Tasse gedrückt hat. Wir wollten ja eigentlich... Das machen. Das ist aber gleich um die Ecke hier. ... ... ... Meine Crew sagt, wir haben zwei Probleme. Hexen auf einem Turmdach, die Unfug machen und genervte Gefallene. Wen bekämpfen wir? Erst die Gefallenen. Sie bauen mit Brennstoffzellen eine explosive Gegenmaßnahme für die Schar. Ganz schlampige Arbeit. Könnte gefährlich werden. ... ... ... ... Ich habe irgendwo runtergefallen. Wo ist denn wo da fallen, Leute? ... 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 Hallo! Da oben ist noch einer. Da oben ist noch einer. Gefallene! Oh! Da oben war einer. Äh, ist so hoch. Und da komme ich hoch. Nee, auch nicht. Oh! ... ... Ich bin zu schlecht. ... ... ... ... ... Keine Neuen gespawnt. Hi! Schön, dass du auch da bist. Komm her! Wir haben ihre Brennstoffzellen. Die jagen erstmal nichts in die Luft. Ich weiß, was sie vorhatten. Explosive Leitung. Zündhütchen. Gut. Ich schicke die Schar-Koordinaten. Genau. Koordinaten. Schar. Wenn wir das optimieren, das anpassen, das sollte funktionieren. Was sollte funktionieren? Nennen wir es den Schar-Disruptor. Disrupten wir die Schar. Was immer du möchtest. Ich mag die Stimme von ihm immer noch. Finde die Schar-Hexen. Oh, jetzt ist das wieder eklig. Aber ich verspreche, wir machen in der nächsten Folge wieder Hauptkampagne. Ja, wir machen auch schon mal. Maxima. Maxima. Ich finde diese Geräusche so ekelhaft, ey. Okay. 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 Kehre zum Puchstück zurück und... Okay. Hä? Irgendwas muss ich dann da machen, aber das machen wir nicht jetzt. What the fuck? Die Gefallenen wollten das wohl mit einer Kette verschließen. Netter Versuch, Leute. Aber ich glaube nicht, dass wir so die Scham schlagen. Äh! Das war ein Ritter. Scheiße. Das war ein Ritter. Das habe ich nicht gesehen. Ich bin gewundert, warum ich den beim ersten Schlag nicht töten könnte. So. Oh, 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 oh. Levelaufstieg Oh, hallo Will ich da rein? Halt der sich immer wieder ein bisschen hoch Keine Ahnung, er ist auf jeden Fall tot Ach man, das geht aber schon wieder damit los, dass man immer wieder die gleichen Wege geht Ist ein bisschen nervig Ah ja, warst ja kein sehr guter Ritter Oh, scheiße Oh, scheiße Leute, ich komme mal zu euch Oh, komisch Die trocken was? Aber die Ritter oder so Oder diese Diese großen Kugeln, die trocken nix Muss man nicht verstehen Damit haben sie nicht gerechnet Da muss eine Turmspitze sein Die zentrale Plattform Nein, nein Er klimmert den Turm Ja, wie viel Vor allem waren wir hier schon mal Doch, da hoch Der Pfeil, der gerade in die andere Richtung zeigte Hätten wir doch Hätten wir doch Fällen gleich mitmachen können Was? Also ab und zu Mein bitte wäre aber auch ganz schön Ich habe eine wirklich, wirklich bad feeling Was macht ihr da? Ich habe das Beben bis hierher gespürt Stabilisieren, nicht versenken Sagt sie mir jetzt Was? Das war easy Das war easy So easy was ist denn null beschwören ey Aua da liegt was blaues aiii aaaah 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 wir haben sie es herum wie schwer ist der Schaden minimal nichts was deine Crew nicht hinkriegen kann sieht fast so aus wie neu aber immerhin haben wir den Resonator erwischt dann will ich euch mal glauben nice prophetenschnee brustschut ich habe aber noch ein paar andere Sachen blaue Sachen bekommen habe ich gesehen nope nope oh das sind sie ich habe die zweimal bekommen 118 117 ah ich behalte die Flügel geil exotisch selten aber ich glaube ich glaube ich glaube gelb ist besser oder seltener oder wir haben wir haben Lichtlevel 100 nice dann kehren wir mal über die 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 den die 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 Let's Plays von, genau, Destiny 2 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen, ciao.